GAME PEACE und GAME COD Warte, chill, chill, chill Herrlich Alter, fängt euch ins Knie RABEN Tschüss Äh, kommt der Äh, Flohblotten, ich... Warte, warte, eine Sekunde Oh, 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 oh HALF Holy fuck, Daniel, Alter Holy shit Mit dem 144er-Fink Damn Muss natürlich das sagen, das war geplant, ne? Ja, mit dem 144er-Fink Ich hab einfach nur irgendwas gedrückt, damit der von euch weggählt Ich hab' den gerne noch nie gastes, Alter, ist er Der war grad oben, ich hab' den gekühlt, mach' den low Immer noch ein bisschen Weil du hast'n gesolo-killed Der hat sich irgendwie dumm angestellt, ja? Ja, klar, aber ich war der Ja, mach dir auch zu nicht Muss nur sein, wer Warte, den killt Ja, ich hab' den solo-killed Da bin ich, ich hab' einfach den vorbei gepusht Ich dachte, er wird weg und dann warte die 30 Sekunden in den Busch gewartet Und kam da vermuten, jetzt irgendwie Ja Hat sich halt wieder gepusht Das ist vorbei Nein, da, alle Mann Nein, da, alle Mann Ist der Call von unserem AEC Holy shit, das shit Nein, da, alle Mann Okay Willkommen mit der alle Mann vorbei Hurra 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 Wo ist du Flo? Ich bin safe Flo ist untouched Flo macht das jetzt schon Los Flo Der stirbt Oh 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 Alter, übel schlechter Fight Einmal Lass mal lieber nicht auf Hey, wir sind die Platin Probe Das ist ja nicht Angelegen, der Platin Probe Der war einmal mit Platin Probe Der war einmal mit Platin Probe Der ist doch voll seit gestern Scheiße Alter, ich konnte den nicht smiten, ich faggit. Aber das ist auch nur wegen ping, ping. Ja, ist echt so. Oh, ich hab die will lachen. Rauf da! Nein, sterbeflogen wir hier! Okay, dann können wir. Jetzt doch ganz braun, wie ich es gerade gehört habe, aber es ist egal. Ja, alles gegen das Schild geht. Krissi! Ich hab mich einfach so um den Stich gelacht. Ja, war wegen ping, glaub ich. Ping. Ja, aber alles wegen ping, Mann! Ey. Ich hab euch fast auch angewungen, klug über Lachen zu spannen. Kannst den echt killen, Alter. Ja, so lachen wir nicht auf der Tasse. Was machst du drauf? Ey, ich glaub ich ping. Kann man sich das nicht auf Q wiegen und B ping. Kannst du alles ping. Kannst du auch machen, glaub ich. Jetzt kommen die gleich in eurem Blick. Rudo's a Red Nose Reindeer. Oh, hab die Übers gesatzt, hast du gesehen? Nice. Hab ich die geflasht? Ja, kann ich geflasht. Ich bin... Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was ist denn? Oh. Sexy. Oh. Timothy. Oh, oh mein Gott. Ah! 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 Hast du bobs mit dem Kriggern können? Nö. Der war da gar nicht. Kleinen. Glaub ich. Kleinen. Hat er den Doppel-Buff? Nö. Nö. Der ist ja korrekt angefangen. Der ist bei mir. Der ist bei mir. Aber ich hab... Wieso hab ich den nicht gesehen? Der macht gerade mal in Blue. Ja, ja. Ich komm... Wieso hab ich den nicht gesehen? Den Shaco. Fuck, Alter. Der hat ihn bekommen. Der hat keinen Flash. Der kommt drüber an. Oh, fuck. Oh, nö. Ich will das nicht testen. Oh mein Gott. Danke. Bitch. Holy fuck. Das war mega knapp. Er ist halt dumm. Er war weiß er nicht. Schau mal jetzt. Oh nein. Okay. Auf Trundle. Aha, hier bin ich. Hier auf Trundle. Ich dachte immer, der wäre noch bei euch und... Das ist gar nicht falsch verstanden. Was? Nein. Ich dachte, der wäre noch bei den Geistern bei euch und... Der ist schlecht. Perfekter Bait, Junge. Perfekter Bait. Fands geil, wie du einfach so um den rumgelaufen bist. Damit du deinen Bodyslam triffst. Ja, weil der in den Minions wird. Du geilst. Ja, ja, der singe. Oh Gott. Willst du es spielen, Chris? Ich will es schon. Versuchen. Hi. Hey. Fuck. 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 Oh mein Gott. War gestillt. Wie geil denn da ist der Bridge dann. Mann, das war schon echt. Und dann attackst du den erstmal und die vier gehen so weg. Hey, lass uns an der Wafeln. Den. Nein, nein. Lass uns an der Wafeln. Wir sind im Pitwand und haben die dich... Wir haben meine Welt defektiert. Wir haben meine Welt defektiert. Stimmt. Tschüss. Tschüss. Oh. So. Muffinspeed. No. Falscher. Nein. Ich muss vielleicht noch irgendwas weiter holen, damit ich dich gegen den Nasus halten kann. Ich bin hier tanky genug. Woanders heißt die Wafeln ja eigentlich auch auffallen. Akko ist da. Wir können uns glaube ich gerade auch gar nicht fighten. Wenn Nasus nicht da ist und Nasus tpf abbrechen kann, ist das glaube ich ein Mehrwert. Der hat keinen TP gerade. Ja genau, wenn ich TP habe. Der wird recoil, wenn wir jetzt TP wieder reinkommen. So, die killen jetzt hin. Gehen jetzt zumindest. Nice. Alter, das war alles auf einmal gerade von Chris. Das war richtig zu bringen. Ja, ja. 7 Sekunden für TP. Schlagfus hier. Schlagfus hier. 15. Wuuu. Lauf. 2. 2. Harte. 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 Alter, was du für ein Lebenswaffe hast du bekommen? Oh, weiß ich gleich. Was? Oh, schade. Harte. 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 komm zu mir alter TACO CHACO 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 naja das war alles gut Tostana wir sind weg wenn wir weiter gehen wir haben im liebsten Siege wir haben im liebsten Siege gerade weil mein TPS da nicht abmachen ich glaube er fällt 3 Minutes und gib dir alles was du brauchst TACO TOSANA auf ich versuche diese Weisung aufzweiten wenn ich kann wir haben auf 10 Sekunden der NASUS wiederkommt fuck ja Tostana kann jetzt recore mein ist doch mein ist doch 170 ja man das geht jetzt zu dir ne 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 NASUS NASUS es soll ich wie der NASUS Lauf doch nicht weg, deine kleine Freundin. Soll er bannen einfach? Ich hab die klassische Einbahn-Ulti auf Shaco gesetzt. Wollt er drin ist, will ich den einfach. Oh, sind die scheiße, ey. Ja, Mann. Oh, der Schiff, ey. Mit den Legs of Billows da. Easy, game, ihr faggots. Geil, ey. Ich glaub nicht genug lachen, das werden wir noch nicht. Bleiben wir jetzt, bleiben wir nur gleich auf. Bleiben wir nur gleich aufgehen, dann konntest du gar nicht gewinnen.